ich habe jetzt hier das aktuelle tag so setzt hier zehn punkte weg tatsächlich das heißt er soll jetzt hier eine halbe seist nutzer setzt dann kein problem erst mal ich denke das kann man riskieren wir jetzt machen soweit wie gesagt auch die wir mit dass wir oben diese abweisung sehen und die idee wäre vielleicht noch mal fünf sechs pünktchen hoch korrigieren und das muss ich dann sofort zum schurten nutzen um meine kleine halb position erst mal hier aufzubauen wie gesagt so bloß kann ich minimale zehn punkte jetzt weg legen das ist total entspannt alles nach unten haben wir erst mal genug platz dazu ich auch jetzt erst mal gar kein profit rein machen weil das kann ich einfach mal gucken wie lange man so ein ding dann möglicherweise laufen lassen kann ich denke das immer sehr flexibel gucken wie man so das wirklich anläuft mit der idee wie gesagt tag ist schad große widerstandszone big caps machen die aufwärtswägungen gar nicht mit tatsächlich aus der relative schwäche von dem bild von big cap seite und da liegt es denke ich in der luft dass wir so ein falscher wieder haben könnten aber gucken wie gesagt sehen bloß halbe positionsgröße nutzen das gibt keinen grund großes risiko heute einzugehen glaube ich warum handelst du nicht den us 30 also den warum handelst du nicht den dow jones ist ja nicht so gut also vergleich zum us tech 100 ich habe den früher tatsächlich gehandelt also ich habe früher ganz am anfang habe ich damit dax angefangen zu traden tatsächlich aber gesagt okay dax ist ein so industrieindex dow jones ist ein industrieindex ich handel den jetzt einfach und das problem ist was ich immer hatte ist im dow jones dass ich da quasi mit diesen punktzahlen nicht so gut klar gekommen bin einfach bloß wo ich sage okay ich kann ganz gut einschätzen wie viel sind jetzt zehn punkte in der nestek wert wie wir sind zehn punkte im dax wert weil wir so irgendwo bei 12 bis 16.000 so ungefähr immer liegen der dow jones da liegt bei 25 bis 35.000 je nachdem gerade wenn man halt mal sich da ein bisschen arbeiten möchte das heißt wenn du da im dow jones zehn punkte letztendlich bewegung machst ist das quasi im vergleich zum nächsten und dax was komplett anderes an wertigkeit einfach bloß damit konnte ich mich nie wirklich groß ein arbeiten wenn ich ehrlich bin deswegen habe ich es sein lassen wieder und habe dann angefangen die nestek zu handeln durch die ganzen prinzipien trendfolge sachen falls breakouts sachen widerstände finden und zwar sofort quasi genau das geht eigentlich im dow jones genau gleich bei mir lag es halt bloß an dem risk management selbst sage ich mal was mir da bis nicht in die karten gespielt hat im dow jones sage ich mal von daher genau aber guck mal jetzt kann ich den allerbesten eindruck wenn ich ehrlich bin ich sehe auch gerade einige der big caps wollen scheinbar doch ein ticken anziehen aber gut so lange ist das doch nicht gerissen ist es erst mal noch alles in ordnung aber sieht schon jetzt doch eher schlechter aus glaube ich es ist wahrscheinlich dann auch so muss ich sagen wir jetzt hier nach oben bei der durchlaufen sollten falls das doch jetzt wirklich passiert dann muss ich wohl wirklich auf rücksetzer sind long chancen dann handeln halt letztendlich ich will ganz kurz auf einen anderen monitor einzeichnen wartet mal übrigens all die trades in diesem video habe ich live per stream gemacht wenn du mir auch dabei zuschauen willst check mal die video beschreibung ab wir würden die big caps long zustimmen wer ist drinnen genau du bist ein bisschen grundsätzlich long gestimmt ja das ist halt genau das argument deswegen ich ja jetzt diesen short gesucht habe tatsächlich quasi genau das gegen argument habe ich quasi genutzt für mein short wo ich sage hier guck euch mal die big caps an tesla sorry apple als größer will doch ein ticken nach unten laufen tesla sieht für mich auch super danach aus ja ich habe mal entweder nicht wirklich diese bullig aus muss ich auch zugeben aber elfer sieht für mich auch macht so ein short in die eintracht von der zeit so ein bisschen nach drüben so runter kippen ist ja wie ich mein ja und von daher also das ist ja quasi eines der sachen weswegen ich überhaupt short bin genau gucken jetzt s&p ist exakt am opening niveau wie gesagt dass du ja ganz gerne als unterstützung und als widerstand nutzen je nachdem von wo wir gerade kommen jetzt sind wir ja gerade eben von oben gekommen entsprechend ist das jetzt hier gerade eine unterstützung logischerweise wir haben es auch schon intraday gesehen wieder wie super das klappt dass wenn wir quasi von unten kommen was ich ja widerstand dran finden und hier widerstand dran finden und hier widerstand dran finden und so dann sofort quasi ne okay schon jetzt 7,8 punkte vorne let's go ich kann mal bei xcb gleich reingucken aber das sieht ganz gut aus 20 punkte von ich würde mal sagen 20 punkte vorne das klingt auch so als könnte ich hier mal eine hälfte position erstmal rausnehmen position quasi schließen teilgewinne mitnehmen ist nie verkehrt andere hälfte bleibt auf breakeven coole sache und das jetzt hier ist natürlich keine extrem bolsche kerze gewesen jetzt hier zum beispiel s&p ne also das ist ja eine super hammer kerze gewesen die dauert auf jeden fall darauf hin dass wir jetzt vermutlich wieder nach jetzt können wir folgendes machen ach so ich glaube sven hat es sogar reingeschrieben oder mit diesen weil wir sind am 33 auf fibonacci retracement level genau ich kann mal ganz kurz das hier rein mal also wir haben es jetzt bis 38 korrigiert okay das können wir natürlich auch so sehen passt mal auf dass wir jetzt hier vom tief einen starken impuls gehabt haben tatsächlich der wird jetzt hier ein bisschen korrigiert bis exakt dem 38er retracement level so von hier aus jetzt diese starke kerze natürlich auf gewisse kaufkraft hin sofort dass wir jetzt nach dem nächsten aufwärts impuls schaffen könnten vielleicht sogar na ja auf jeden fall ich fühle mich wohl dass das was auch breakeven einfach ist mit anderen das habe ich ein bisschen gewinn mitgenommen das ist okay für mich letztendlich das macht so ein bisschen bullischen eindruck auf jeden fall würde ich sagen wie gesagt wir haben jetzt hier wieder diese starke wir schon zunahmen jetzt gerade genau über uns beim das opening niveau wieder genau über uns ist trotzdem wirklich schwierig sage ich mal michael ich mache auch feierabend für heute morgen ist auch noch ein tag für euch noch schöne kerzen ihr habt ja auch danke für das teilnehmen dann sehen wir uns wieder morgen michael mal gucken vielleicht brauchen wir uns wieder realisieren können aber da tun uns und die stressen keine kein problem natürlich naja ich wird schon ständig ausgesagt mit den selts von da lief es auch nicht so toll na gut okay aber ich glaube die idee wird trotzdem vielleicht cleverer gewesen sogar im nachhinein aber müsste ich dann auch noch mal reingucken noch jetzt der s&p unter dem opening niveau ist sollte dann nicht auch die nestek langsam nach unten abgeben ja theoretisch schon theoretisch schon das wäre es so ein bisschen auch noch dass ich so ein bisschen als hoffnung hätte tatsächlich wie sagte der s&p opening wie gesagt hier die blauen linien ist sagen wir jetzt unten drunter sind bin ich erst mal ganz happy dass das so ist weil es jetzt gerade für mich spricht wie gesagt ich sage immer ganz gern opening niveau erst mal selbst als unterstützung und widerstand zu sehen aber auch noch viel interessanter vielleicht für einige ist das opening niveau selbst so ein bisschen als so kleinen filter insgesamt nutzen weil ich sage okay wenn wir unterhaltend opening niveaus sind heißt das ja quasi dass wir intraday im minus sind also intraday eher schwäche zeigen und die wird meistens bloß gehalten sage ich mal und wenn wir quasi über dem opening niveau sind sind wir quasi intraday eher im plus also eher und umstrich so leichte stärken letztendlich jetzt dann eben kann ich sagen okay gucken wir sind leicht unten drunter das heißt doch wieder ticken schwäche dann das wird natürlich hoffentlich auch das ist natürlich dann die idee die nächste drunter ziehen genau da ist wieder diese korrelation insgesamt dabei dieses spiel was wir haben ich bin zwar seit freitag dabei also ich bin zwar erst seit freitag dabei aber ich habe am wochenende bisschen ausprobiert mit einer strategie und heute habe ich mit diesem trade fünf trades gemacht und bis jetzt habe ich alle im profit geschlossen aber habe noch einen langen klick kommen hey alias ist ein richtig cooler start zumindest freut mich für dich schöne sache cool und dann weiter viel erfolg auf dem weg so interessant ich sehe gerade auf jeden fall sind jetzt runter gelaufen aber jetzt hier bilden wir die ganze zeit zu dieser hammer kerzen wir sehen auch der s&p jetzt hier an diesem verlauf sie ist scheinbar erst mal sofort unterstützung ist erst mal anzeige vielleicht dass wir doch ein ticken wieder rausnehmen sollten wie gesagt ich tue mal von den fünf lot die nächsten drei lot mal rausnehmen wieder ein bisschen mehr gewinn realisieren war habe ich das falsch gemacht mit mir okay gut was sie zu komisch aus wirklich hat noch zwei dort drin genau gepasst alles und jetzt aber gucken was mit den anderen zwei dort passiert wie gesagt vor uns gesagt ist ein moment lang ist richtig gut aus dass wir jetzt hier sofort noch weiter nach unten durch sprechen können deswegen da wollte ich quasi die fünf lot weiter behalten jetzt allerdings guckt man jetzt die letzten ein bisschen weiter reinzoomen aber jetzt die letzten paar kerzen werden wir ziehen hammer kerze also ein bisschen kaufkraft gesehen hier bist du schon kaufkraft gesehen hier bist du schon kaufkraft gesehen ja kein grund sage ich mal jetzt hier irgendwie viel weiter zu halten einfach so ein bisschen wieder rausnehmen weil quasi diese hammer kerze quasi auf kaufdruck hindeuten könnten zumindest erst mal und wenn ich quasi short bin dann ist der kaufdruck für mich natürlich giften letztendlich ist ja klar deswegen macht es da quasi ein bisschen was zu nehmen und volatil hast du eine eröffnungsstrategie zum opening vor allem tue ich viel auch über das opening niveau lösen tatsächlich und je nachdem wie wir uns dann nach also zum opening tue ich da müssten wir uns vielleicht wenn wir freitag handeln wollen zum opening direkt müssten wir uns vielleicht 8 uhr 45 treffen dass ich euch so ein bisschen vorher zeigen kann was ich vorher mache ich den dax im ausprobiert zu analysieren da müssen wir uns doch ein ticken eher treffen das 9 uhr zu spät weil ich zum opening selbst zwei sachen machen ich tue gucken wie ist die kurslücke zu gestern letztendlich aus dem gap selbst aus der kurslücke selbst kann ich viel ablesen was vermutlich passieren wird das kommt also es geht auf studien letztendlich zurück die ich über kurslücken gelesen habe für die meisten eher total langweiliger quatsch für mich bringt es halt ganz viel und dann guckst du was kann ich mit dem gap selbst anfangen was kann ich mit dem tageschart selbst anfangen und das kann ich dann quasi mit dem opening niveau anfangen und je nachdem quasi wie der kurs sich dann bewegt haben wir dann eine trendfolge mal mitspielen mit den emas oder verschiedene setups gibt es einfach plus ne also das können wir dann auf freitag und mal angucken was dann was wir da vielleicht finden können klar auf jeden fall genau ja deswegen also ich werde es dann auch noch mal die woche sowieso im training room abends noch mal sagen wann wir uns dann treffen würden und in telegram schreiben genau freitag genau ja egon wenn dann freitag und dann ja ich sag mal 8 uhr 45 oder so rum bis um 10 vielleicht das stündchen das können wir vielleicht machen also okay und ich sehe gerade die andere hälfte wurde jetzt break even auch die andere hälfte die zwei von den zehn not also die mini rest sei es ist jetzt bei mir raus und gut das geschafft denke ich für die session heute ein bisschen länger als sonst aber nicht so verkehrt denke ich und dann danke ich erstmal für eure aufmerksamkeit